Hi, mein Name ist Nikolas und du hörst Schlafgut mit JediPedia. Ich möchte dir in dieser Einschlaffolge ausgewählte Abschnitte vorlesen aus dem JediPedia-Artikel zu Ahsoka Tano. Bevor wir zu diesem legendären Charakter kommen, lass uns gemeinsam dreimal tief ein- und ausatmen. Leg dich hin oder finde eine andere für dich gemütliche Lage, damit du gleich abdriften kannst in die World Between the Worlds. Ich glaube, dort wartet Ahsoka auch schon auf uns. Bereit? Atme ein und aus. Ein und aus. Viel Spaß und schlaf gut! Ahsoka Tano, von ihrem Meister Anakin Skywalker, auch Snips genannt, war eine Togruta-Yedi des alten Ordens, die zur Zeit der Klonkriege lebte. Sie wurde vom Keldur-Yedi Meister Blokun auf dem Planeten Schili aufgrund ihrer hohen Machtsensitivität entdeckt und von ihm in den Jedi-Tempel gebracht, in welchem sie ihre Kindheit als Jüngling verbrachte. Mit 14 Jahren teilte Mandi Togruta ihrem Meister Skywalker in der Schlacht von Christophsis zu, in welcher sie zusammen mit dem Jedi den feindlichen Schildgenerator zerstörte und so den Sieg der Galaktischen Republik sicherte. Danach retteten sie den Huttling Rotter aus den Händen der Sith-Assassine Asajj Ventress und brachten ihn zu seinem Vater Jabba de Selig-Tiyo. Später begleitete sie ihren Meister unter anderem nach Bothawui, zur Skytop-Station und in das Abrigado-System. Auf der Tranquility erhielt sie zum ersten Mal einen eigenen Auftrag, als sie Nude Gunray bewachen sollte, welcher aber von der Konföderation unabhängiger Systeme befreit wurde. Nach Einsätzen auf Vancore, Maridoon und Naboo musste Ahsoka in der Schlacht um Ryloth einen großen Rückschlag hinnehmen, als fast ihre gesamte Sterniger-Staffel aufgrund eines von ihr missachteten Befehls umkam. Später sorgte sie jedoch dafür, dass feindliche Bomber nicht die Stadt Lesu zerstören konnten und rettete Mace Windu. Daraufhin kämpfte sie auf Felusha, wo sie erneut einen Befehl missachtete und deshalb als Archivwache eingeteilt wurde. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass der Kopfgeldjäger Cat Bane ein Holocron daraus stahl. In der darauffolgenden Schlacht über dem Dschungelplaneten Deveron wurde sie von diesem als Geisel genutzt, um ihren Meister das Holocron öffnen zu lassen. Später verhinderte Ahsoka aber, dass er auf Naboo ein machtsensitives Gangenkind entführte. Sie wirkte danach an der Zerstörung einer Druidenfabrik auf Geonosis mit. Nach einem geringen Zeitraum stellte Ahsoka auf Coruscant zwei Verbrecherinnen, welche ihr Lichtschwert von einem anderen Dieb erbeutet hatten, vertrieb die Piraten von Felusha und rettete ihren Meister und Mace Windu aus den Trümmern eines Veneta-Klasse-Sternzerstörers, bevor sie mit Kuhn die Verfolgung von Boba Fett aufnahm. Neben der Ausbildung von mandalorianischen Studenten rettete sie auch Padme Amidala aus den Fängen der Kopfgeldjägerin Aura Singh und schloss Freundschaft mit dem Separatisten Lux Bonteri, mit welchem sie Monate darauf in der Schlacht von Onderon kämpfte. Auf Mortis verlor Ahsoka ihr Leben durch einen Machtwächter, den Sohn, konnte aber dank der sterbenden Tochter wieder auferstehen. In der Zitadelle gelang es der jungen Turghuta, mit einem kleinen Rettungsteam den Jedi-Meister Evan Peel zu befreien und geheime Koordinaten für eine Hyperraumroute zu erfahren. Nachdem der Padawan von Trantoschanern auf der Welt Waska gefangen genommen worden war und entkommen konnte, erreichte sie mit dem Mon-Kalamari-Prinzen Lichar die Freiheit des Planeten Mon-Kala. Noch im selben Jahr entführten sie Hondo Onaka und seine Piratenbande nach Florem, doch sie wurde von sechs Jünglingen gerettet, um wenig später ungerechtfertigt des Mordes an Letter-Turment angeklagt zu werden. Nach den Strapazen des Gerichts trat sie im selben Jahr 19 vor der Schlacht von Javin freiwillig aus dem Orden der Jedi aus, da sie ihr selbst, dem Orden und der Galaktischen Republik nicht mehr vertrauen konnte. Später erschien sie Großmeister Yoda in einer Vision. In dieser verstarb die junge Tano, ohne zu wissen, ob sie durch ihr Exil eins mit der Macht werden konnte. Derweil lernte Ahsoka auf Coruscant die Schwestern Trace und Rafa Mates kennen, mit denen sie später auf Obadiah gegen das Pyke-Syndikat kämpfte. Am Ende der Klonkriege schloss sie sich mit Bo-Katan Kryze zusammen, um den Sith Darth Maul zu fangen, welcher sich auf Mandalore aufhielt. Sie baten Ahsokas alten Meister und Kenobi um Hilfe, da sie ihn nicht selbst stellen konnten. Skywalker gab Rex den Auftrag, Ahsoka zu unterstützen, und es kam zu der Belagerung von Mandalore. In deren Verlauf gelang es der ehemaligen Jedi, Maul in Gewahrsam zu nehmen. Bei der Überführung nach Coruscant wurde die Order 66 ausgerufen, und auch die ehemalige Jedi wurde von den Klonen gejagt. Sie entfernte den Inhibitor-Chip von Rex, und gemeinsam konnten die beiden entkommen. Im Exil lebte Ahsoka daraufhin eine Weile unter dem Namen Ashla. Als sich Ahsoka später dem Rebellennetzwerk anschloss und wichtiges Mitglied der Phönix-Flotte wurde, warb sie unter dem Namen Fulcrum Rebellenzellen an. Hierbei unterstützte sie die Spectres, fünf vor der Schlacht von Yavin, bei Einsätzen, versorgte die Gruppe mit Vorräten und half dabei, den Jedi Kanan Jarrus aus imperialer Gefangenschaft zu befreien. Danach arbeitete sie enger mit den Spectres und der Phönix-Flotte zusammen, wobei sie an der Seite von Ezra Bridger und Kanan Jarrus gegen einige Inquisitoren und final gegen Darth Vader kämpfte. Bei ihrem Duell im Sith-Tempel auf Malachor duellierte sie sich mit ihrem alten Meister, dem Sith-Lord Darth Vader, und wurde von Ezra Bridger gerettet. Dabei zog er die Togruta durch ein mystisches Portal in die Welt zwischen den Welten, wo sie erfolgreich dem Imperator entkamen und sich trennten. Nach der Schlacht von Jakku begab sich Ahsoka zusammen mit Sabine Wren auf die Suche nach Bridger und Thrawn. Zur Zeit der Neuen Republik befreite sie an der Seite des Mandalorianers Din Djarin die Stadt Caledon von der tyrannischen Herrschaft der Magistratin Morgan Elsbeth, befragte diese nach Thrawns Aufenthaltsort und schickte Djarin mitsamt dem machtsensitiven Kind Grogu nach Tython, wobei sie selbst vorerst auf Corvus verblieb. Trivia Mit dem Neuzugang von Ahsoka Tano in das Star Wars-Universum ist das Kreativteam von The Clone Wars mit Henry Gilroy, Dave Filoni und Catherine Winder sowie George Lucas ein besonderes Wagnis hinsichtlich der bisherigen Kontinuität eingegangen. Nichtsdestotrotz waren sie der Meinung, einen Charakter einzuführen, der die Wesenszüge des impulsiven Anakin Skywalker und des reserviert zurückhaltenden Obi-Wan Kenobi in sich vereint. Die Idee war, die bisherige Beziehung zwischen Anakin und Obi-Wan mit Hilfe eines jungen, ungestümen Mädchens dynamischer zu gestalten. Mit der Episode Helden auf beiden Seiten wurden die Hauptcharaktere, darunter auch Ahsoka, einer Umgestaltung unterzogen, die ihre Entwicklung verdeutlichen sollte. Laut Filoni spiegelt ihr neues Aussehen ihren Wandel im Laufe des Krieges wider. Sie ist älter und auch reifer geworden, was ihre veränderte Kleidung verdeutlicht. Zudem ist sie größer und trägt nun zwei Lichtschwerter. Anlässlich der im Jahr 2017 angekündigten siebten Staffel von The Clone Wars erhielt Ahsoka ein neues Outfit, welches als Hybrid ihrer Outfits aus The Clone Wars und Rebels fungiert. Die Synchronsprecherin Ashley Eckstein spricht Ahsoka im englischen Original. In der deutschen Fassung wird Ahsoka von Josefine Schmidt synchronisiert. Auch in Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, in der Rey Ahsokas Stimme hört, wird sie von Ashley Eckstein bzw. Josefine Schmidt gesprochen. In der zehnten Episode der siebten Staffel von The Clone Wars, The Phantom Apprentice, wurde für den Lichtschwertkampf zwischen Ahsoka und Maul Motion-Capture-Technik eingesetzt. Dabei wurde Maul von Ray Park verkörpert. Ahsokas Part wurde dabei von der Stuntfrau Lauren Mary Kim eingespielt. Der im Jahr 2016 erschienene und von E.K. Johnston geschriebene Roman Ahsoka ist nach ihr benannt worden. Er handelt hierbei von ihrer weiteren Geschichte nach den Klonkriegen und erzählt ihren Weg bis hin zu ihrer Rolle als Fulcrum-Agentin. Einige Aspekte wurden jedoch durch die siebte Staffel von The Clone Wars überschrieben. Der von ihr nach der Order 66 angenommene Spitzname, Ashla, ist eine Anspielung auf die frühen Entwicklungsstufen von The Clone Wars, wo sie diesen Namen noch trug. Ahsoka kann im unkanonischen Spiel Galaxy of Heroes von Electronic Arts in Form mehrerer spielbarer Charaktere freigeschaltet werden. Sie taucht hierbei als Padawan-Schülerin Ahsoka Tano auf und besitzt die Fähigkeiten fokussierter Hieb, schützendes Manöver, schnelle Schritte und waghalsiger Padawan. Die Figur Ahsoka Tano verfügt über die Fähigkeiten ausgewogener Angriff, Meditation, Wirbelwind und Durchhaltewille. Als Commander Ahsoka Tano verfügt sie über die Fähigkeiten Ja-Kai-Meisterin, Sheen, Machtsprung, ihr eigener Weg. Es gibt von ihr diverse Konzepte, die sie in ihren verschiedenen Outfits zeigen. Ahsoka Tano wird in der Serie Die Mächte des Schicksals mit Augenbrauen dargestellt. Name Die Namensherkunft Ahsoka Tanos lässt viel Raum für Spekulationen. Ursprünglich sollte sie Aschle heißen. Der Vorname Ahsoka könnte ein Wortspiel auf den Mauryer Herrscher und König von Magda Ahsoka sein, der im dritten Jahrhundert vor Christus die Verbreitung des Buddhismus im späteren Indien förderte. Denkbar wäre aufgrund der identischen Aussprache aber auch der Bollywood-Film auf Ahsoka, der Weg des Kriegers, der Lose auf der Biografie von Ahsoka aufbaut. Eine weitere Möglichkeit der Namensherkunft wäre Asokadatta, ein Mädchen, das in der Asokadatta Viya Karana Sutra des Mahayana-Buddhismus erwähnt wird. Trotz ihres jungen Alters von gerade einmal zwölf Jahren verfügte sie über eine sehr große Weisheit und konnte sogar die erfahrenen Mönche belehren. Damit weist Ahsoka Dutta einige Ähnlichkeiten zu Ahsoka auf. Es gibt eine Non-Profit-Organisation, die nach dem oben genannten indischen Fürsten Ahsoka benannt wurde. Ahsokas Nachname, Tano, verweist auf ebenso viele Herkunftsmöglichkeiten. Die bekannteste Verwendung liegt in der nordamerikanischen Volksgruppe der Tano, auch bekannt als Arizona Tiwa, die kulturell den Pueblo-Indianern zugehörig sind. Daneben existiert noch Tano als eine Sprachfamilie und in der Arkan-Ebene im afrikanischen Staat Ghana ein Fluss namens Tano. Merchandise Für die Star-Wars-Card-Trader-App hat Dave Filoni einige Bilder von Ahsoka Tano im Innern des Sith-Tempels von Malachor auf ihrem Weg durch den Untergrund und begleitet von dem Convo Morai gezeichnet. In den acht Bildern zeigt Dave Filoni, wie Ahsoka durch den Untergrund läuft und den Untergrund über eine Treppe wieder verlässt. Es gibt von Ahsoka Tano diverse Lego-Minifiguren, Hasbro-Action-Figuren sowie einige Vinyl-Figuren von Funko Pop, welche seit der Erstausstrahlung von The Clone Wars bis heute hergestellt wurden. Des Weiteren ist sie auf verschiedenen Postern, Covern und anderen Merchandise-Produkten zu sehen. Dieser Podcast wurde produziert von Nikolas Antohevich und ist verfügbar unter der Creative Commons Lizenz BYSA 4.0. Der vorgelesene Artikel ist unter der GNU Free Documentation License auf jedipedia.de verfügbar. Abonniere doch den Instagram Account at schlafgutmitjedipedia. Vielen Dank.